Willkommen zurück zu, let's play, äh, Wonderboy and the, äh, nein Monsterboy und the Cursed Kingdom, auf ein neues. So, das können wir schon, das können wir überspringen. Ach, fuck, schon wieder verkackt. Egal, wir lassen ihn einfach mal laufen. Ab einem gewissen Punkt ist dann zu weit weg, so dass man ihn nicht mehr einholen könnte. Das heißt also, so, auf ein neues. So, hier entlang, hier müssen wir ihm hinterher. Ach, komm. Woppa. Ey. Das ist frech. Wups-a-dupsa. Äh, Schweinchen? Äh. Bomben? Ähm. Pienchen. Und Schlange. Nee. Komm schon. Nein. Frosch. Oh, Moment. 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 Höp. Ah, okay. Alles klar. Äh. Ach, komm. Wie frech. Okay, wir lassen uns einfach nochmal laufen. Und dann haben wir eh irgendwann verloren. Genau. Nämlich, wenn er zum nächsten Abschnitt kommt. Ich habe ziemlich viel Zeit bei diesen ganzen Luftdingern verloren. Was ziemlich cool ist, ist, dass er hier tatsächlich immer unterschiedliche Wege nimmt. Ah, ich fand das jetzt schlecht. Na. Auf ein neues. So. Yes, aber. Nein. Fuck. Okay, das wird, glaube ich, nichts. Oh, Glück gehabt. Nachdemmit. Ich hätte diese... Ich brauchte Ausdauer. Dass ich darauf noch achten muss nebenbei, finde ich echt ein bisschen mies. Aber okay. Okay. Unten. Unten. Oben. Oben. Unten. Unten. Passt. So, den brauch ich jetzt. Und... Drache. Irgendwann kriege ich es hin. Ich bin mir da sehr, sehr sicher. Unten. 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 Oben. Oben. Unten. So. Und... Drache. Boah, what the fuck Schweinchen Und Schnell nochmal Ihn hier Und Schlange Hä Na komm, da hab ich ihn Oh, so knapp Vor allem das miese ist, dass dieses Drecks hier auch noch Schaden macht Und das nicht geradezu knapp Unten Oben Oben Unten Unten So Schnell auf den Löwen wechseln Und Schweinchen Was ist das? Was ist das? Nee, komm Und Boah, geschafft Du hast mich besiegt Sieg oder nie Lage Die Wetterinnen gegen mich sind immer großartig Weil ich so schnell bin Hier, bitte So, erweckt die wahre Kraft deines Drachen Du kannst fliegen, ohne dich ausruhen zu müssen Und erhältst einen vernichtenden Flammenangriff Yay Und was ist mit der Sache von Meister Euleus? Der Schatz von diesem Spatzenhören ist im Esszimmer Mit deinem Tarnesmann dürftest du Probleme dort hineinkommen Wenn du es lebendig wieder herausschaffst Werde ich dir endlich glauben, dass du das Zeug dazu hast Deinen Freunden zu helfen Tut gut zu sehen, dass du auf deiner Reise immer stärker wirst Viel Glück bei deinen kommenden Aufgaben Danke, dass du immer deinen Teil unserer Abmachung einhältst Wir sehen uns Okay Da lang muss ich jetzt Wow Ernsthaft? Ja, fuck Erstmal ganz kurz hier Life Points So, schon besser Ah, Moment Das ist ja jetzt grandios Erstens kann ich hier durch die Gegend flattern wie ein Bekloppte Und zweitens Kann ich jetzt nämlich auch sowas hier machen So Ähm Okay Was auch immer ich jetzt damit bewegen kann So, auf ein neues Ich bin gespannt Na komm Ich hab ja eigentlich gehofft, dass ich da oben irgendwas machen kann So, es muss ja hier jetzt irgendeinen Zweck erfüllen, dass ich den hier benutzen kann Aber in diese Richtung gibt es nichts Okay Okay I'm still confused now Ich wusste es doch Ist hier noch irgendwo so eine Statue? Oder ist es die einzige, die wir hier haben? Irgendwie müssen wir auch Den Schirm hier unten hinbekommen Moment, vielleicht Von weiter unten Irgendwie von Hier oder so Nee Okay Okay, auch ein neues Ich meine viel mehr Möglichkeiten gibt es ja nicht Außer Außer hier ein bisschen Kette zu geben So Kann ich hier irgendwie Ich kann nichts machen Aber hey Mal gucken, wo wir jetzt hier rauskommen Hey Irgendwas haben wir hier Mal gucken Ein Herzcontainer Yay Okay Das war zumindest schon mal gar nicht so schlecht Trotzdem Aha Wir müssen hier entlang Ähm Ach Moment Vielleicht Nee Das ist es nicht Irgendwie von da oben müssen wir da wohl runter So Hier müssen wir wieder Das Stühlchen richtig positionieren Probier's ausschein Äh Ausschaut So Sind wir jetzt hier? Hier sind wir Aber irgendwas Muss ich doch Irgendwie muss ich die Dinger hier doch loskriegen Morgenstern Ich muss hier wahrscheinlich Ich bekomme hier wahrscheinlich irgendwo Auf irgendeine komische Weise Einen Morgenstern oder sowas Was haben wir denn hier? Die Tür Die haben wir doch schon mal genommen Damit kommen wir dann nach oben Genau Dann kommt hier ein Safe Spot Jetzt die Frage Können wir hier so Ha Ne Wir müssen irgendwie von oben da runter Ah Moment Was macht das Ding denn jetzt hier? Okay So Okay Ich check's nicht so ganz Also ganz check ich's hier nicht an dieser Stelle Und was haben wir hier irgendwas? Nee Da kam ein Herzchen runter Das wäre ganz cool mitzunehmen So Was passiert mir jetzt wenn ich hier wieder das Ding mache? Dann kommt das toll Ah Ein Buch mit leeren Seiten Aber das ist Moment Vielleicht ist Ist der Trick einfach der Hier dieses Ding zu machen Und dann mit dem Buch Und dann mit dem Buch Sieht aus wie ein Teil eines Großen Notenblattes Das merke ich mir lieber Oh 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 So So Und hier auch Größeres Notenblatt Und das nächste Notenblatt Sieht aus wie das Werk eines Waren Auberers Hier unten ist auch noch eins Sehr geschickt platziert Das Notenblatt Das Notenblatt kenne ich bereits Und da unten ist noch eins Höp So Welches fehlten vielleicht noch? Lass mal ein bisschen gucken Ich glaube das war es sogar Naja das war schlecht Dass ich hier jetzt gespeichert habe Aber okay Moment Weil wir hatten nämlich Hier glaube ich hier unten war das Genau Hm 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 Absolut frech Kennst du bereits Hm 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 Okay Herzchen Yay Herzchen Uh Los Stirb einfach Und lass ein Herz fallen Ah Das ist nur Geld Das habe ich Das habe ich Das habe ich So habe ich Hier noch irgendwo ein anderes rumfliegen Das habe ich auch schon Das hier bringt mir auch nichts Mann So hey Dankeschön fürs Äh Fürs 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 Follown Da kam ein Follow dazwischen Nice Ähm Ähm Trotz allem Vielleicht Muss ich Erstmal Das hier machen Und dann ganz schnell Hier Drüben durch Ah Das war's Sehr gut Ähm Okay Okay Dong Und Neh Verdammt Einmal kurz zu spät So Yay Wieder irgendwas geschafft Oh wunderbar So Aber das war irgendwie glaube ich doch noch nicht das was ich eigentlich brauchte Das ist blöd Da unten muss ich hin Das weiß ich ja Dass ich da unten hin muss Oh Mir fällt aber gerade auch auf Dass ich Dass ich den gesamten Rechten Flügel noch gar nicht Inspiziert habe Und hier komme ich auch nicht weiter Ah Moment Vielleicht aber doch Die wissen ja nicht Ob es hier irgendwas gibt So Einmal Dit hier Vielleicht gibt es ja hier auch wieder irgendwas Aha Aha Plopp So Wo auch immer ich jetzt hier gelandet bin Ach jetzt bin ich hier gelandet Ist ja blöd Na aber zumindest kann ich hier nochmal schnell meine Lebenspunkte auffüllen Äh Aber trotz allem Wie gesagt Der gesamte rechte Teil ist mir irgendwie noch nicht ganz Erschlossen Ach ja klar ist der noch nicht erschlossen Der ist natürlich nicht erschlossen Weil ich hier noch gar nicht weitermachen konnte Großartig Hier muss ich noch irgendwie hoch Das funktioniert aber alles nicht so Wie es soll Da kann ich nämlich auch nicht lang Darunter ist nur dieser Schlamm Ah Okay Oh Schaut mal Ganz oben War ich ja auch noch gar nicht Ganz oben rechts Dann gehe ich doch mal Einmal schnell darüber Vielleicht ist das sogar Ein Stück weit des Rätsels Lösung Oder so Ne Achso Hier komme ich nicht durch Ich muss hier irgendwie Ich muss hier irgendwie noch Das Licht Rumpolen Aber hier kommt nur Das Ball raus Confused So da komme ich auch nicht weiter Ha Ich gucke hier gerade eben verzweifelt die Map an Aber hier ist auch irgendwie so ein Blick nach oben Als ob man hier irgendwie hoch könnte Aber ich glaube das Ne Angeblich kann man hier irgendwie hoch Meine Etage tiefer und ein Stück weiter nach rechts War ich auch noch nicht Sehe ich gerade Dann gucke ich doch mal So hier runter Und dann hier nach rechts Aha Ah Ich sehe auch gerade Das hier Hinten Etwa von hier Nö Nicht von hier Von irgendwo Aber auch ein Lichtschein fehlt Der da durch muss Damit ich hier weitermachen kann Gab es noch irgendwo so eine So eine komische Lichttroller in der Ecke Die ich irgendwie übersehen habe Ne Auch nicht Hm So Dann bin ich Wieder hier Aber hier waren wir so weit Durch mit dem ganzen Spaß Hier kann ich nur Einen kürzeren Weg Hier rüber nehmen Dann bin ich wieder hier So Wenn ich hier durchgehe Komme ich wieder dann nach Unten Genau Und hier war ich schon 50.000 Mal So So Das mit der Mit den Noten Hier habe ich auch Durch Nach Komm Ich hasse So Oh Foot Hier komme ich auch nicht weiter Moment Wenn ich hier nach Oben kommen würde Dann kann ich sicherlich Irgendwie so eine Kugel Oder so Runterschubsen Achja Da war ja wieder was Erstmal muss ich Den hier machen So Und zur Schlange werden Und dann kann ich hier durch Und dann lande ich wieder hier hinten Und dann kann ich wieder Zum Drachen werden Und Angeblich kann man hier Irgendwie Noch hoch Moment mal Vielleicht ist ja aber genau Das der Grund Warum ich hier Irgendwas Zum Erschmüffeln Oder so 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 Nochmal Guck nochmal Ein bisschen rum Vielleicht finde ich hier nochmal Irgendwo Irgendwas Das nochmal ein bisschen Weiter hilft An dieser Stelle Nö Also nicht sehr greifbar Zumindest Verzweiflung So ein bisschen Zumindest So Hier komme ich Nur wieder raus Aus der Villa Andererseits Das würde sonst Irgendwo immer mal Sichtbar sein Ich glaube nicht Dass man von hier Irgendwas machen Kann Ich probiere es aber nochmal Ich habe echt keinen Plan Wo es hier weitergehen soll Wo es hier weitergehen soll Weil ich meine Hier Komme ich nicht großartig weit Naja Habs verstanden Du bist kacke Andererseits Vielleicht Vielleicht Ha Ha So Hier ist ja Hier ist ja so ein komischer Geist Ding Dingens hier Beschworen Oder Ich kann sie jetzt bewegen Und das heißt Boom Ich habe jetzt hier einen Weg Immer wieder kaputt geht Es geht hier anscheinend Immer wieder kaputt Ganz toll So schön wäre es gewesen Ist aber voll Die Pleite Am Ende wieder Und wir sind wieder da Obwohl wir Angefangen haben Yay Seufz Seufz Ich nehme jetzt nur Einen kleinen Weg mehr Oder Der sagte ja auch Dass wir uns Sehr gut bewegt haben Vielleicht ist der Trick Am Ende dann doch noch Der Irgendwie hier lang Zu spazieren Okay Nö Das bringt nichts Nö Nix Das war hier nochmal Ach hier war nur das Herzchen Hat der vielleicht nochmal Irgendeinen Hinweis Für mich oder so Tolles Versteck Was Hier deponiere ich Alle meine Schätze Die ich auf meinen Weltreisen Zusammenraffe Wie ich die Geister Beherrsche Die meine Sammlung Bewachen Geht dich nichts an Okay Ich glaube das heißt Dann wohl nein Moment Musik ist das Mittel Aber tatsächlich Nope Okay Erstmal eine kleine Pause Dankeschön fürs zuschauen Bis gleich